Bei Rot über die Ampel. Rot, Rot, da geht's gar nicht mehr. In diesem Fall Pech für den Radfahrer. Guten Tag, die Verkehrspolizei, Sie folgen mir bitte darüber. Hier hin. So, ich mache Ihnen zum Vorwurf, dass Sie eben an der Lichtzeichenanlage, die Ampel war beständig auf Rot geschaltet, bei Rot in die Kreuzung eingefahren sind. Ich werde jetzt diese Ordnungswidrigkeit aufnehmen, brauche einen Ausweis von Ihnen. Die Lichtzeichenanlage ist, wenn sie an ist, bindend. Unterwegs mit einem Polizisten der Frankfurter Verkehrspolizei. Seit diesem Jahr sind Beamte wie Holger Weber per Fahrrad auf Streife. So, das ist jetzt einmal der Ausdruck, da steht der Tatvorwurf drauf, alles andere kommt per Post, weil Rotlicht geht über die Bußgeldstelle, ist im Zweifelsfall mit 100 Euro ein Punkt in Flensburg behaftet. Bitte halten Sie sich an die Verkehrsregeln. Wir fahren für Sie tagtäglich bei Wind- und Wetterstreife, damit Fahrradfahrer sicherer sind. Dann erwarten wir auch, dass Sie für Ihre Sicherheit sorgen. Typische Situation? Für Frankfurt absolut typisch. Dadurch, dass natürlich Radfahrer kein Kennzeichen haben, ist da eine gewisse Vogelfreiheit. Man kann nicht kontrolliert werden in den seltensten Fällen, nur wie jetzt durch eine Fahrradstaffel und deswegen Gang und Gebe. Achmadullah Hellmann fährt Taxi in Frankfurt. Das Radler über Rote Ampel fahren, das sieht auch er jeden Tag. Schauen Sie, wahrscheinlich fährt er jetzt bei der Rote Ampel, ist durchgefahren. Ja, er auch. Da ist in der Mitte keiner fahren. Er ist rot. Ganz klar ein Verstoß gegen Regeln, ganz klar. Ihn nervt auch, dass Radler ihn oft ausbremsen. Man muss dann hinterher fahren, hat man überhaupt keine Chance vorbeizufahren. In engen Einbahnstraßen kommen ihm außerdem ständig Radler entgegen. Die Stadt hat vieles fahrradfreundlich umgebaut, auf Kosten der Autofahrenden. Statt wie früher zwei gibt's hier nur noch eine Fahrspur für Autos. Der Ärger psychologisch nachvollziehbar. Wenn ich sozusagen ein Privileg genossen habe, dass ich der Chef über ein bestimmtes Revier bin, hier den Straßenraum, dann fühlt sich das natürlich schon erst mal komisch an, das weggenommen zu bekommen. Was machen Sie da eigentlich? Ich bin fertig. Ich bin Lieferant. Nein, Klappe zu und wegfahren. Polizeiliche Anweisung. Soll ich Sie aufschreiben? Nein. Ich bin fertig. Dann machen Sie zu und fahren weg. Musst du nicht packen. Das müssen Sie sich überlegen, bevor Sie morgens losfahren. Ja. Nein, 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 nicht eine Minute. Nein, nein. Ich brauche ... Ich denke, Sie sind fertig. Ja, anscheinend doch nicht. Hallo. Darf ich fragen, was Sie da machen? Sie stehen auf dem Radweg. Ja. Sie haben da erst gar nicht anzuhalten. Sie fahren jetzt erst mal weiter, weil rückwärts können Sie eh nicht fahren. Und die Strafe wird Ihnen nachgeschickt. Zugeparkte Radwege und Kreuzungen, ein Riesenproblem. Ist der Konflikt zwischen Rad- und Autofahrern überhaupt lösbar? Der darf alles laut die Straßenverkehrsordnung nicht hier durch. Doch. Das ist für ein Fahrrad. Er ist ja das Fahrrad. Sie und Ahmadullah Hellmann sollen heute mal die Rollen tauschen. Sie fährt im Taxi mit, er soll später aufs Rad steigen. Eine gute Idee. Ich denke, so einen Rollentausch finde ich sehr, sehr wichtig. Das sollte man eigentlich verpflichtend bei der Fahrerlaubnis aus Bildung mit reinnehmen. Finde ich mir gut vorstellen, dass dann einfach ein Miteinander aller Verkehrsteilnehmenden deutlich verbessert wird und erleichtert wird. Wir haben das hier mit einer sehr engen Ressource auch zu tun. Und wenn wir jetzt, also diese gefährlichen Situationen, die ja kommen, ja, eine kritische Situation, dass sich Radfahnder unsicher fühlen, dass sich Pkw-Fahnder oder der Taxifahrer behindert fühlt durch den Radfahnden, dass solche Situationen einfach vorher mal geübt werden und dass man mal schaut, ui, das ist gar nicht der Radfahnder, der jetzt hier das Problem ist, sondern es ist einfach, wir haben so wenig Platz. Das ist ja benutzungspflichtig, aber hier nicht. Aber diese gleiche farbige Strecke ist auch genau da. Nein, das hat damit nichts zu tun. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Also ein Radweg, der ist wirklich nur dann benutzungspflichtig, wenn der eben halt auch so ein Schild da stehen hat. Ja, es kann von Anfang da ein Schild auf die Straße. Hier entsteht offensichtlich noch kein gegenseitiges Verständnis. Deshalb geht's jetzt aufs Rad. Ja, fahr mal los. Fahr mal los. Ich bin gespannt jetzt, was auf uns zukommt und dann schauen wir mal. Genau, ich auch. Schon nach kurzer Zeit wird der Radweg an einer Baustelle vorbeigeführt. Plötzlich ein Transporter, der zurücksetzt. Das war knapp. Und der Transporter fährt einfach weiter zurück. Einen Moment nicht aufgepasst und es hätte böse enden können. Wenn wir eine Einbahngegenstrick fahren. Hier ist es dringend, wir haben uns mal in der Wartelette. Fahren gegen die Einbahnstraße, das ist hier erlaubt. Aber Ahmadullah Hellmant ist es viel zu eng. So, und der müsste jetzt eigentlich hier mal warten mit dem Überholen. Das ist nämlich kein Platz. Aber wieso immer interessiert das niemanden. 1,50 Meter Überholabstand, kaum ein Auto hält sich daran. Und dann, Achtung, Dooring-Gefahr. So heißt es, wenn plötzlich eine Autotür aufgeht. Wunderbar, und hier hätten wir eine klassische Dooring-Situation. Ja, hier ist der Tür auf. Und dann kann man einfach auffahren. Einfach nur mal ein bisschen weiter aufmachen und der Radfahrer, der klebt dagegen. Zurück auf Fahrradstreife. Wieder ein Fahrzeug erwischt. Also Situation, die wir hier vorfinden, ist, dass der 5-Meter-Bereich zusätzlich noch um eine Sperrfläche erweitert wurde. Sehen Sie, hier kommt wieder der nächste Fahrradfahrer dran. Der wird einfach durch diese Fahrzeuge nicht rechtzeitig gesehen. Morgen. Morgen. Schauen Sie mal, Sie stehen sogar noch komplett auf dieser Sperrfläche. Die wurde extra noch mal eingerichtet, um auch Leuten die Parken zu zeigen, hier bitte nicht. Das verstehe ich. Aber ich habe auch überhaupt keinen Parkplatz hier. Wie soll ich meine Pakete zustellen? Meine Pflicht ist es nicht, Ihren Job zu machen oder Ihnen Lösungen aufzuzeigen. Auf die Art und Weise werden Sie noch mehr Strafzettel bekommen. Und wir werden irgendwann, werden wir wieder zum neuen Bußgeldkatalog zurückkehren. Dann gibt es für solche Parkverstöße Punkte. Bei 8 Verstößen haben Sie keinen Führerschein, keinen Job mehr. Dann können Sie sich überlegen, wer Ihre Pakete zustellt. Ja, also wenn es so weitergeht, dann kriege ich auch öfter Strafe. Das ist korrekt. Also die Stadt muss für die Paketzusteller eine Lösung finden. Wir haben hier keine Möglichkeiten für die Lieferfahrzeuge auch STVO-konform auszuliefern in diesen zwei Minuten, die Sie eigentlich nur bekommen pro Paket. Strukturell also von der einen Seite in der Stadt die Gestaltung, dass ich für den Lieferverkehr in dem Moment vielleicht zwischen 6 und 10 Uhr morgens vielleicht eine Möglichkeit schaffen müsste, dass das möglich ist. Dabei gibt es auch jetzt schon oft Lösungen, um die Radwege sicherer zu machen. Sie müssen nur genutzt werden. Schauen Sie mal, was steht da? Da steht LKW. Da können Sie reinfahren. Kommen Sie mit, ich zeige es Ihnen gerne. Da können Sie reinfahren, können die Laderampe runter machen, können ganz gemütlich die Palette ausladen und weiterfahren. Haben kein Mensch das gehört. Und unser Taxifahrer, hat er jetzt mehr Verständnis für Radler? Ja, ich habe auch jetzt von der anderen Seite auch so erlebt, als Radfahrer. Und da sind auch manche Autofahrer, die haben überhaupt keinen Platz gemacht, vor allem in der Bergerstraße. Also wie gesagt, 50-50 kann man auch ab und zu den Radfahrern recht geben, dass sie auch recht haben. Und ich gehe davon aus hundertprozentig, dass es Radweg ist. Nee, ist aber kein Radweg. Viel Redebedarf bleibt trotzdem. Sie sind halt unterschiedlich markiert. Ich habe keine durchgezogenen Wien. Ich würde jetzt sagen, dass es nicht mehr Radweg ist, dann verstehe ich das nicht. Schade.